Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal mit allem Wichtigen über einen variablen ND-Filter. Ein variabler ND-Filter. Wofür braucht man überhaupt einen ND-Filter und wofür braucht man dann auch noch einen variablen? Ein klassischer ND-Filter, wie zum Beispiel dieser hier, ein ND-1000, sorgt ja dafür, dass ich an meiner Kamera das Licht, das vorne durch mein Objektiv fällt, reduzieren kann. Warum ist das notwendig? Denn normalerweise können wir ja entsprechende Einstellungen an der Kamera vornehmen. Zum Beispiel, wir haben einen sehr hellen Tag, die Sonne scheint, dann stellen wir an unserer Kamera ein ISO 100 ein. Wir haben zum Beispiel sehr offenblendig, weil wir ein schönes Bouquet haben wollen, stellen wir eine Blende 2.8 ein. Und dann, tja, müssen wir je nach Lichtsituation vielleicht eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit einstellen, um unser Bild richtig zu belichten. Zum Beispiel eine Tausendstel. Jetzt kann es aber Situationen geben, in denen wir eben keine Tausendstel Verschlusszeit haben möchten, sondern wir möchten zum Beispiel eine 125. Sekunde haben. Oder wir möchten sehr lange belichten. Wir möchten vielleicht zwei, drei, vier oder fünf Sekunden belichten. Dann stoßen wir natürlich an die Grenzen unserer Kamera. Man könnte im Notfall natürlich noch die Blende ein bisschen schließen, zum Beispiel auf Blende 20 oder 22, um das einfallende Licht zu reduzieren. Aber auch das wird uns in den meisten Fällen nicht dahin bringen, wo wir hin möchten. Das heißt, wir müssen die Lichtmenge, die hier vorne durch unser Objektiv fällt, die müssen wir reduzieren. Das machen wir klassischerweise mit einem ND-Filter. Hier habe ich zum Beispiel einen ND-Filter, der entsprechend bedampft ist. ND-Filter steht für neutral, dichte Filter. Das heißt, er ist grau bedampft und im allerbesten Fall, wenn ihr einen guten Filter habt, dann ist das Ganze neutral. Also farbneutral. Ihr habt keine Farbverfälschung, kein Lila- oder Blaustich in eurem Filter. Ein klassischer ND-Filter, wie ich ihn hier habe, ein ND-1000, ist jedoch immer nur in einer bestimmten Stärke bedampft. Das heißt, in dem Fall mit dem Wert ND-1000. Es gibt es natürlich noch weniger bedampft, also weniger stark bedampft und dann kommt mehr Licht hindurch. Variable ND-Filter sind da natürlich ein bisschen vorteilhafter. Beim variablen ND-Filter brauchst du nämlich nicht für jede unterschiedliche Lichtsituation, einen unterschiedlichen Filter, sondern das Ganze gibt es dann variabel. Und zwar gibt es dann einen sogenannten variablen ND-Filter. Der verändert nämlich die Lichtdurchlässigkeit durch Drehen am Filter selbst. Ich zeige es euch hier mal. Ich habe hier nämlich einen variablen ND-Filter und dann seht ihr schon, jetzt kommt sehr viel Licht hindurch. Und dann kann man das Ganze wieder eindrehen und dann kommt nur noch sehr wenig Licht hindurch. In meinem Fall ist es ein variabler ND-Filter von der ND-Stärke ND4 bis ND1000. Tja, im Grunde ja gar keine schlechte Erfindung, so ein variabler ND-Filter. Das spart dir nämlich, dass du viele Filter mit dir rumtragen musst für unterschiedliche Lichtsituationen. Bevor wir aber zu den Eigenschaften eines solchen Filters kommen, wo die Vor- und vielleicht auch die Nachteile liegen, schauen wir uns erst mal an, wie jetzt so ein variabler ND-Filter, wie ist der konstruiert? Denn in einem variablen ND-Filter stecken nämlich nicht zwei übliche ND-Filter, zum Beispiel ein ND4 und ein ND8, sondern es stecken zwei Polfilter darin. Ein klassischer Polfilter sorgt ja dafür, dass bestimmte Lichtwellen eliminiert werden. Das heißt, damit könnt ihr zum Beispiel Reflektionen von der Wasseroberfläche entfernen. Kombiniert man aber zwei dieser Polfilter und verdreht sie gegeneinander, übereinander angeordnet, dann kann man die Reduktion von Licht, das durch diese beiden Filter, durch diesen Schnittpunkt quasi erfolgt, reduziert. Das heißt, man erhält einen variablen ND-Filter. Also in einem variablen ND-Filter sind nicht zwei normale ND-Filter drin, sondern wir haben zwei Polfilter da drin. Da auch variable ND-Filter in der Regel Schraubfilter sind, müsst ihr natürlich hier beim Kauf darauf achten, welchen Filterdurchmesser hat euer Objektiv. Denn der muss natürlich zum Filterdurchmesser dieses variablen ND-Filters passen. Kleiner Tipp auch hier, schaut euch eure Objektive an, guckt, welches hat den größten Filterdurchmesser und dafür holt ihr euch dann einen variablen ND-Filter und könnt dann zum Beispiel mit einem Step-Down-Ring das Ganze auch für einen kleineren Filterdurchmesser nutzen. Das klingt jetzt natürlich erstmal toll, denn du brauchst ja nur noch quasi einen Filter, um alle anderen ND-Filter zu ersetzen. Das kann sich zum Beispiel bezahlt machen, wenn du mit deiner Kamera filmst. Denn hier hast du oft sehr unterschiedliche Lichtsituationen. Du müsstest jetzt zum Beispiel ja dann immer den Filter wechseln. Du eben brauchst noch einen ND4, jetzt kommt die Sonne rauf, brauchst einen ND64, bist nur am Rauf- und Runterschrauben. Da bietet sich natürlich ein variabler Filter an, denn mit einem Dreh hast du die Lichtdurchlässigkeit deines Filters verändert und kannst ganz einfach weiterfilmen. Da sehe ich auch einen sehr, sehr guten Anwendungsbereich für einen variablen ND-Filter. Jetzt hat er aber nicht nur Vorteile, so ein variabler ND-Filter, sondern es gibt natürlich einen haufenweise Nachteile. Für mich ist ein variabler ND-Filter eigentlich einer der problematischsten Filter in der Fotografie überhaupt. Warum ist das so? Fangen wir mal an. Punkt Nummer 1, er ist natürlich bauartbedingt, denn wir müssen ja zwei verschiedene Platten, zwei verschiedene Filterplatten hier drin unterbringen, ist er natürlich wesentlich höher als ein normaler einzelner ND-Filter. Das kann natürlich dazu sorgen, dass wir bei sehr weitwinkligen Aufnahmen bereits zu einer Vignettierung in den Ecken unseres Fotos kommen. Gerade auch, wenn wir das Ganze nochmal kombinieren, weil wir zum Beispiel einen variablen ND-Filter haben und zusätzlich natürlich aber auch die Reflexion von der Wasseroberfläche weghaben wollen. Tja, dann machen wir noch einen Polfilter mit drauf oder drunter und schon wird das Ganze noch größer und dann kann es tatsächlich im weitwinkligen Bereich ziemlich schwierig werden. Eine zweite Sache ist natürlich die mechanische Funktion solch eines variablen Filters, denn der muss ja natürlich drehbar sein. Und das kann natürlich auch schon dafür sorgen, dass es hier Probleme gerade bei sehr günstig produzierten variablen ND-Filtern gibt. Hier kann Sand reinkommen, hier kann Staub reinkommen, es kann Wasser reinkommen und wenn das Wasser dann zwischen eure beiden Polfilter gelangt, dann könnt ihr den quasi wegwerfen. Deshalb ist es definitiv sehr, sehr wichtig, wenn ihr euch schon einen variablen Polfilter kauft, achtet ein bisschen auf den Preis, kauft nicht zu günstig, denn da werdet ihr nicht lange Freude dran haben. Ein zweites Problem ist natürlich noch ein sehr typisches Problem. Für solch einen variablen Polfilter, hätte ich beinahe gesagt, für einen variablen ND-Filtern, der ja aus zwei Polfiltern besteht. Denn ab einer bestimmten Position dieser beiden Filter, dieser beiden Polfilter, wie sie zueinander verdreht sind, entsteht auf eurem Foto ein X. Das ist dieser typische X-Effekt bei einem variablen ND-Filter. Der entsteht immer dann, wenn man besonders so dunkel versucht, diesen einzustellen, also bei hohen ND-Werten, wenn man so in den Bereich ND 1000 kommt, dann kann man sehr schnell so ein typisches X auf seinem Foto bekommen. Das ist natürlich sehr störend und man kann es nicht immer vermeiden, gerade da ein klassischer variabler ND-Filter eben keine Begrenzung hat. Das heißt, ihr könnt ihn um 360 Grad drehen und wisst nie so richtig, wo kommt es jetzt zu dieser X-Bildung und wo nicht. Einige Hersteller haben sich da gedacht, okay, das machen wir ganz einfach. Das können wir nämlich verhindern, indem wir einfach diesen Radius, mit dem man den Filter drehen kann, begrenzen. Es gibt Begrenzungen von Mini bis Maximal. Und dann kann man ganz einfach den Filter hier von einem sehr niedrigen bis einem sehr hohen ND-Wert verändern. Und das ist auch schon das dritte Problem. Das seht ihr nämlich hier auf diesem Filter. Es gibt nämlich keine Angabe zur Filterstärke. Du hast niemals auf solch einem variablen Filter die Angabe ND2 als Startwert und zum Beispiel ND1000 als Maximalwert. Das ist nämlich tatsächlich problematisch und wird von keinem Hersteller auf seinem variablen ND-Filter angegeben. Das heißt, du hast natürlich das Problem, dass du nie so richtig weißt, tja, welche Filterstärke habe ich denn jetzt beim Filmen? Ist das egal. Du guckst ohnehin durch deinen Sucher auf den Monitor und siehst, wie ist jetzt die Ausbeute meines Lichtes? Ist das Ganze richtig belichtet? Beim Fotografieren ist das natürlich schwieriger, denn klassischerweise, wenn du einen Spiegelreflex hast, dann stellst du ja ohne einen ND-Filter deine Einstellung, deines Fotos richtig ein. Das heißt, du stellst die Belichtung richtig ein, schraubst dir dann den entsprechenden ND-Filter rauf, schaust zum Beispiel in eine Belichtungstabelle und dann kannst du dir raussuchen anhand dieser Tabelle, ah, ich habe jetzt einen ND8, dann verlängert sich meine Verschlusszeit um den Faktor X. Das geht aber beim Variablen nicht. Das ist so ein bisschen so ein Raten bei den Filtern, wie ist jetzt die richtige Belichtung. Ihr seht also, ein variabler ND-Filter, ja, hat natürlich Vorteile in vielen Bereichen, aber ich persönlich nutze ihn zum Beispiel nicht zum Fotografieren, weil er eben auch viele Nachteile hat. Zum Filmen sieht das Ganze ganz anders aus. Auf meiner Kamera, mit der ich filme, habe ich immer einen variablen ND-Filter drauf, denn damit kann ich ganz einfach bei gleichbleibenden Kameraeinstellungen meine Lichtintensität steuern. Variabel ist super, das heißt, ich bin nicht festgelegt auf einen ND4, einen ND8 oder einen ND64. Zum Filmen variabler ND-Filter, super Sache, aber zum Fotografieren, naja, da habe ich so meine Zweifel. Deswegen auch aus meiner Sicht der wirklich schwierigste Filter in der Fotografie. Vielleicht fotografierst du ja jetzt aber mit einem variablen ND-Filter. Oder vielleicht hast du auch aufgehört, damit zu fotografieren, weil du sagst, ja, die Nachteile überwiegen hier für mich auch. Dann lass mir das Ganze doch mal in Form eines Kommentars da. Deine Erfahrung und deine Meinung zum variablen ND-Filter. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, du jetzt ein bisschen schlauer bist, tja, wie funktioniert jetzt so ein variabler ND-Filter und wofür kann ich den einsetzen und wofür sollte ich ihn vielleicht lieber nicht einsetzen, dann lass mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, dann abonnier doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.